Und Action los! Wollen wir tauschen? Ist das gemein! Bist du Action Levi oder was? Ich muss auch was sagen! Du musst was sagen! Sag du bist Action Levi! Nein! Wirst du nicht Action Levi? Wir beide sind nämlich Action Levi und Action Papa! Jetzt gibt es nur noch lecker Kugel Eis! Und die Nachbarn trinken Bier! Ist ganz schön gemein! Ich will auch Bier! Na ja... Los, geht weiter! Ja, mit Kind ist immer ein bisschen blöd Aber es macht nichts, dafür kriegen wir jetzt lecker Eis! Eis, 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 Eis! Jetzt sind wir einfach zu fallen! Los, gib mal Gas! Ein tolles Giant Bike vor der Haustür, wo ich wohle Müsst ihr finden! Bin Mr. X Findet mich! Oder spiel das Brettspiel! Das geht auch! Ich brauche ein paar Paar! Ich brauche mal eine Pause! Action Levi, brauche eine Pause! Halt mal! Kannst du weiterhalten? Action Levi ist am Start! Okay, machen wir das jetzt aus! Jetzt bin ich mal hier! Jetzt bin ich mal hier! Woooo! Ja, ich brauche mal! Wie ist das? Wann!